hallo es geht weiter gegen den kappa und dieses mal hat er kein miefalter mehr ja gott sei dank ich schwöre es dir dafür machen schon wenn ich jetzt die doktor spiele ich bin das kleine kind wo zum doktor geht und du bist der perfekte doktor boah ich hab was mit kohlensäure getrunken hätte ich nicht machen nein sehr gut okay dafür kann ich was machen wo du auch was machen könntest wenn du gut wirst mal schauen scheiße genau davon habe ich gesprochen aber nicht immer kannst du jetzt muss ich mich wieder an normale charaktere gewöhnen charaktere die man wenigstens spielen kann ja genau also will ich sagen dass ich mit dem typen hier gut bin aber glaube ich gar nicht so einfach weil doktor machen scheiße ja ich meine gegenzug zu den me fightern ja gegen 111 me fighter muss man sagen eigentlich bin ich gar nicht mal so schlimm dass die richtigen sind und ich meine ein bisschen mario erfahrung habe ich ja so also nicht viel aber ein bisschen ist er ist mario ober doktor profi so jetzt nicht unbedingt aber ich habe ein bisschen mehr gespielt auf wem schon mehr als die anderen was schwer zu glauben ist weil ja es ist halt trotzdem dein vierter platz ich weiß gar nicht warum bei mir der normale mario dran kommt und tot ja gut ich hab für ein konsument dran geglaubt ich muss aufpassen sobald ich auf stage bin bin ich tot holy shit breakdance ja gut dr war ist halt der stärkere mario also nicht von gut sondern kraft mann du sollst dich umdrehen jetzt trägst du dich um der mario nicht einfach so eine kreuzung aus mario so ein bisschen nein dr war ist halt einfach nur mario mit bisschen mehr stärke warum auch immer was ein doktor ist weißt du an sich hätten sie doch einfachen als dr mario's geben machen können weil es so ja aber ich meine ich weiß ich finde dr mario hat echt nicht nötig ins mensch es ist halt sie gab es halt mal und darum er hat sich reingetan so als kleinen scherz oder was heißt scherz da hätte man den speichern es wird aber anders nutzen kann ich muss lernen bei dir nicht sowas machen weil allerhöchsten spot deutsch und nicht so dumm nach hinten gewollt ich spamm aber auch gerade sehr viele smashes was man eigentlich nicht machen sollte problem ist halt wenn man charaktere spielt die man nicht so wirklich kennt dann macht man das halt bei mir sind areas wo dieses als mensch ist die dann kommen automatisch ich habe gedacht wir machst dich noch an die andere richtung Genau. Aua. Fuck. Warte, ich muss dich doch dabei hüpfen. Nein, warte, dann geht's ja nach unten. Alles klar. Ich will deine Medizin nicht! Du musst aber. Alles klar, ist er tot, schade. Stimmt, Dr. Marius' Recovery ist ja sowas für'n Arsch. Wat? Okay. Yay. Manche fliegt die ganze Zeit so ein komisches Viech rum. Egal. Es ist meine Chance und das Viech ist für mich da, das ist mein Spion. Achso. Und zu schauen, welche Tasten du drückst, das sagt dir dann. Ja. Das ist ein sehr nützloser Spion. Fuckin. Hm. Knabberst du grad an was? Nein. Okay. Nicht, dass ich nicht. Das könnte vielleicht mein Sticks sein, den man vielleicht hört. Ah, das kann sein. Ja gut, das ist nicht. Aber wahrscheinlich noch mehr. Ähm. Wie weg. Was soll das? Weglaufen. Mann. Was machst du da? Ich will wegmachen. Was machst du da? Hoffen und beten. Okay. Nein. Warum land ich da? Lass mich ruhen. Ich würde dich jetzt gerne mit Wasser voll machen, aber das habe ich ja leider nicht. Alles klar. Mit Wasser voll machen. Fuckin. Warum lehrte ich dich? Du machst es nicht. Sorry, dass ich kein Mars hier. Schade. Na gut, ich werde grad hoch eigentlich. Oh, ich habe den Face by Emile gesehen. Iiiin. Easy. Oh. Ich wollte auch einen Back gerne machen, aber meine ist nicht so cool. Papa. Hm, was habe ich gebrochen? Ja, oh, sett Ich werde jetzt zum Terminac. Mann. Na Ichschreie einfach. Lauterubertet. Ich hab jetzt Angst vor Acht 일이ysä Dein Grab ist halt nicht witzig. Ich finde es, ich finde es witzig. Ne. Das mach dich fertig. Ennung, was machst du denn? Zash ist ein tolles Spiel. Ja. Immer noch toll, ja? allein deswegen lohnt sich ne video ich freue mich so sehr auf dings auf switch you weil wenn man daran denkt eigentlich das zweite auch noch für melee und sowas noch turniere gemacht werden also sprich smash ist halt echt krass gut melee oder so ist ja halt schon richtig heftig weil es so von den mechanics her zehn kilometer weiter in den grund runter geht so ich weiß nicht was man da so erreichen kann ist krass nein ich war hinter dir hoff damit du doch ich hab dir schon zwei elf prozent gemacht ja egal mehr brauche ich nicht noch einfach so und dann mache ich so und ich so und dann habe und dann habe ich dich habe ich gesagt wenn wir hier ein bisschen weniger eigentlich reden obwohl bisher fand ich das kommentar gar nicht so schlecht das hält sich noch in grenzen aber ich glaube das liegt einfach daran dass wir noch nicht bei den guten charakter sind wo man sich hat wirklich darauf konzentriert seine skills hat da wirklich auszupacken es ist halt smash ja nein ich höre meine abwies scheiße easy ich glaube du hast mir glaube ich bis jetzt jedes leben mit ja aber die sache ist halt wenn es jetzt nicht online gewesen wäre du wärst in der zeit weggekommen es gibt halt auch ein online lag den man vielleicht nicht immer merken wenn man nicht jetzt unbedingt ein super profi ist aber ich denke dass du da weggekommen hast normalerweise auf dich zu konzentrieren wann sonst verliere ich ja noch das geht ja ja gut konzentrieren würde ich das noch nicht nennen wenn er konzentriert raucht er also sein kopf fängt an zu rauchen nein und der chaotix ist gleich tot denn jetzt macht was dummes ranz zu mir her das lässt sich aber kräftig egal wo ich bin nein und dann stirbt du dich weil ich keinen ich weiß wisst ihr genau deswegen macht also was eigentlich nicht richtig nicht ich werde hier verrückt er macht nur noch muss und ich muss ihn zurück rufen weil sonst nicht richtig das ist bei klempnern so da muss man richtig zurück rufen ja gut mario ist ja an sich seit odyssey anscheinend kein klempner mehr ich kenne die lore nicht von mario verzeihen kann ich sei dir verziehen tatsächlich dann ist gut dann kann ich dich jetzt töten da hätte ich nicht stehen sollen oder ich habe mich eigentlich tot gesehen tatsächlich warum warum ja er ist tot ich sagte ich sagte er ist fuck geh weg er ist tot ach man das ist doch nicht wahr ausgeglichen hast du mich jetzt wirklich jedes mal mit demselben move gekillt eigentlich ja mit dem nasmove halt ich meine mit was denn sonst es ist nas ah schade du hast mich aber nein nein nicht immer die meisten maler hast du mich mit einem up smash gekillt was so ziemlich der beste Punkt ist nein up b kann auch killen ziemlich gut bei dr mario kann alles killen ja er ist halt nur scheiße langsam ich glaube das war es aber mit der folge ja also ich habe gehofft wir sind noch im ersten kampf ähm ja also gut Vergiss nicht. In der Beschreibung, toller Discordete Kapper lololol. Ich töte mich. Es kommt jetzt noch beim.... Oha, nein.... Für uns kommt jetzt noch ein Kampf dann. Ja, ein interessanter Kampf. Egal. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. zde504